Herzlich Willkommen zum Basketball-Grundschulcup der TG Hanau. Wenn ich als Betreuer der Bruder-Grimm-Schule hierher komme, sehe ich, dass sich die Kinder freuen, dass sie mal außerhalb der Schule nochmal zusammenkommen können und freuen sich auch mega, wenn sie nochmal ihre Betreuer oder Lehrer außerhalb der Schule sehen können. Wenn ich den Grundschulcup in drei Wörtern beschreiben würde, dann wären das Spaß, Teamfähigkeit und Wettbewerb. Schön, dass ihr dabei wart beim Grundschulcup in Hanau. Tschüss!